Ja und damit hallo und willkommen zurück bei Spellforce 1 in einer kleinen optischen Scheme, wo wir noch angegriffen werden, aber wir haben hier unseren Wardens Einheiten ja auch noch, die wir kontrollieren und unseren Avatar natürlich. Und man sieht, die Ordensrittern hauen richtig rein. Wir haben die weiterhin unter Kontrolle übrigens. Und wenn wir hier wieder zurückkommen, sehen wir einiges von der Stadt, weil die müsste sich hier in dem Bereich, in diesem ganzen Bereich hier unten, wo jetzt die Maus ist, verteilen. Jetzt können wir mal in Ruhe mit Sartarius sprechen. Und wir können ihn sehen. Fels mal aktivieren. Aktivieren wir den. Sprechen wir mal mit ihm hier. Was? Oh, seid gegrüßt! Entschuldigt, ich bin sehr beschäftigt. Ihr seht mir eher verängstigt aus. Was? Nein! Ja, vielleicht... Kann ich euch helfen? Was? Ja, nun... Seht, mein Meister, der Magier Thanart, ist unzufrieden mit mir. Ständig schikaniert er mich mit unmöglichen Aufgaben. Und jetzt... Und jetzt hat man mir auch noch des Meisters Augengläser gestohlen. Ich wollte sie zum Richten bringen. Da wurden sie mir aus der Hand gerissen. Ich verfolgte den Dieb. Doch er lief in die Berge. Dorthin, wo all die schrecklichen Kreaturen hausen. Was soll ich jetzt nur tun? Meister Thanart bringt mich um! Bitte, haltet Ausschau! Vielleicht findet ihr den Dieb. Bringt die Augengläser zu mir, bevor der Meister etwas merkt. Bitte. Jetzt können wir mal kurz nachschauen. Tannans Augengläser. Okay. Habt ihr die Augengläser gefunden? Diese Augengläser fand ich bei einem Dieb in den Bergen. Ah, und ihr ist Gnade! Das sind sie! Jetzt kann ich endlich... Nein, kann ich nicht. Ich vergaß. Was? Ich habe letzte Woche den magischen Federkiel des Meisters zerbrochen. Und vor lauter Aufregung hatte ich vergessen, dass ich noch Ersatz besorgen muss. In Graufurt gibt es genügend Händler, denke ich. Nein, nein. Solche Federkiele sind äußerst selten. Sie wurden nur vom Zirkel selbst und der Thalindischen Gilde gefertigt. Kein Händler hier führt so etwas, glaubt mir. Es ist zum Verzweifel. Ich weiß zwar nicht, ob ich auf meinen Reisen viel mit Federkielen zu tun bekomme, aber ich werde euch im Gedächtnis behalten. Ja, bitte tut das, Krieger. Sollte euch ein ungewöhnlicher Federkiel unterkommen, dann bringt ihn zu mir. Vielleicht habt ihr ja Glück. Und es gibt noch weitere Quests. Gute Arbeit, Freund. Nun lasst uns überlegen, was weiter zu tun ist. Jemand muss Rowan folgen und ihn warnen. Ei, und ich glaube, ich weiß auch schon wer. Aber zeigt mir zunächst die Schatulle, von der ihr erzählt habt. Hier. Der dunkle Magier gab sie dem Boten. Sie enthält die Pläne für einen Angriff. Lasst sehen. Hm. Sie ist mit einem magischen Siegel verschlossen. Wenn ihr das Losungswort nicht kennt, wird sie sich nicht öffnen. Kann sie mit einem Zauber aufgebrochen werden? Ja. Jedoch dieses Siegel wurde von einem Zirkelmagier erstellt. Und nur ein Zirkelmagier kann es brechen. Dann muss ich die Schatulle zu Rowan bringen. Ei, seht dies als eure erste Aufgabe als Kämpfer des Ordens. Welchen Weg wird Rowan einschlagen? Hm. Er wird wohl zuerst Darius den Kartografen in Lianon aufsuchen. Darius hat schon lange von einer Bedrohung jenseits des Passes gesprochen. Dieses Schreiben wird euch das Tor nach Lianon öffnen. Und diese Rune hier mag euch ebenfalls nützlich sein. Fragt Darius nach Rhoens Verbleib. Sucht Rhoen und warnt ihn. Wenn der dunkle Magier ihn zuerst findet, dann mögen die Götter uns gnädig sein. Was ist die Schwarze Faust? Die Schwarze Faust ist eine Bande von Söldnern und Plünderern unter der Führung eines Kriegsveteranen namens Brennigan. Bislang waren sie nur eine Bande von Räubern. Ein Ärgernis. Nichts weiter. Doch seit einigen Wochen gehen beunruhigende Berichte ein. Man erzählt von ganzen Heerscharen, die sich unter ihrem Banner sammeln. Ausgestattet mit besseren Waffen, stärkeren Rüstungen und neuen Befehlshabern. Irgendjemand unterstützt sie. Jemand mit viel Geld und Einfluss. Wie komme ich nach Lianon? Begebt euch zum nordöstlichen Ende der Stadt. Dort findet ihr ein Tor, das von Soldaten des Hauses Leonida bewacht wird. Gebt den Soldaten mein Schreiben. Sie werden das Tor für euch öffnen. Dahinter findet ihr das Portal nach Lianon. Wofür steht der Orden des Erwachens? Der Orden steht für den Neubeginn, den Aufbruch in eine neue Zeit. Rhon selbst hat ihn ins Leben gerufen, um ihm beim Ordnen der neuen Welt zu helfen. Wir sind Beschützer, Lehrer und Baumeister. Unsere Aufgabe ist es, den neuen Reichen zu helfen. Selbst die dunklen Völker erkennen uns an. Doch es gibt viele in unserer Mitte, die nach mehr streben, nach Ruhm, nach Macht. Doch Rhon wird die Geheimnisse seiner Magie nie preisgeben. Er hat erlebt, wozu sie imstande ist. Dennoch keimen Zwist und Neid unter den Ordensbrüdern. Ihr solltet euch davon allerdings nicht beirren lassen. Konzentriert euch nur auf eure Aufgaben. Was ist das Haus Leonida? Leonida ist eines der fünf großen Fürstenhäuser Nothanders. Es kontrollierte einst die grünen Landen nördlich von hier bis zur Küste Fiaras. Nun beherrschen sie nur noch die Insel Lianon und sind das kleinste der noch existierenden Häuser. Die anderen Häuser sind Utran, Halit, Wulfgar, denen diese Stadt hier gehört, und Iskander, das allerdings ausgelöscht wurde. Was sind das für Portale? Die Portale sind magische Verbindungen zwischen den Inseln. Sie sind der einzige Weg, um von Land zu Land zu reisen und die gewaltigen Entfernungen dazwischen zu überwinden. Woher kommen sie? Ron hat sie gefertigt. Wir wissen nicht viel über sie. Nur, dass er sechs Jahre fort war und sie in allen Ländern errichtet hat. Dabei machte er keinen Unterschied zwischen den Völkern des Lichts und der Finsternis. Ebenso wenig wie zwischen Völkern und Kreaturen. Sein Wunsch war es, dass diese Welt wieder eins werde. Deshalb benötigen wir die Torfesten. Recht interessant. So heißen die ganzen Portale, die existieren. Hat Rohem selber gefertigt. Und er war auch eine recht lange Zeit unterwegs. Und wir haben schon gehört, er wird seine Magie niemals preisgeben. Weil er weiß, wozu sie im Stande ist. Ja, die Allfeuermagie. So heißen auch die Zirkelmagie. Die Zirkelmagie ist so gesehen einer der mächtigsten Magien. Und wenn man es, ich denke hier im Laufe des Spiels wird man auch vielleicht was hören. Im zweiten Teil von Spellforce kann ich schon mal sagen, wird man mit sowas wieder konfrontiert. Mit der Allfeuermagie. Mit der sogenannten Zirkelmagie. Aber okay. Lianon ist Kriegsgebiet. Kein Durchgang ohne Passierschein. Ich habe ein Schreiben des Ordens. Zeigt her. In Ordnung. Der Orden ist im Land der Leonida immer gern gesehen. Öffne das Tor. Hier gibt es keine Kisten. Sieht schlecht aus, dass hier irgendwo eine Kiste noch ist. Nö. Dann gehen wir mal nach Leonidar. Dann schauen wir uns auch an, was für eine Rune wir bekommen haben. Bestätigen. Puschen wir mal unsere Eismagie. Hier Ausdauer. Zweimal Intelligenz. Zweimal Weisheit. Ähm. Tod. Fluch. Wir brauchen leider Nekromantie. Wir geben uns mal den Schild. Hier haben wir eine Rune. Eine Krieger Rune. Die könnte uns gut helfen. Die haben leider keine Hosen. Gehen wir ihm das. Muss. Ausreichen. Schauen wir mal hier runter. Warte. Vielleicht sehen wir ja was. Was hier unten ist. Ritz. Haut. Okay. Noch ein Schwert kennengelernt. Okay. Bei der Schild gibt uns nochmal extra Rüstung. Die wir brauchen. Brunenkrieger. Zu mir. Hier sind zwei Goblins. Oh. Da ist ja einer. Vorsicht Gegner. Da ist auch noch einer. Voll übersehen. Stand halten Männer. Dann dürften die Goblins hier auch kein Problem mehr darstellen. Schauen wir mal die Hose. Um die Gerhaun. Jetzt gehen wir mal hier und hin und looten. Oh. Leichte Kriegskunst. Können wir leider nicht nehmen. Weil wir die leichte Kriegskunst nicht haben. Ihr könnt es auch nicht nehmen. Aber wir haben einen weiteren Ring. Der uns gut helfen wird. Wollen wir schon mal hier runter gehen, weil wenn wir schon hier sind, können wir es eigentlich auch gleich machen. Übrigens, ich werde den ganzen Part Lianon hier in einer Folge lassen. Wird ein bisschen länger schon dauern, weil ich möchte auch die ganzen Gespräche mit dabei haben. Aber ich glaube, das ist das geringste Problem. Okay, der ist weg. Kleiner rostiger Schlüssel. Eis und eine Kapuze haben wir hier bekommen. Hier gibt es Fisch zum Angeln. Hier, Juni, da wächt er. Okay. Ah, und da ist Darius. Dann reden wir mal mit ihm. Was führt euch zu mir, Runenknecht? Der Orden des Erwachens schickt mich. Seid ihr der, den man Darius nennt? Der bin ich. Doch ihr vergeudet eure Zeit. Ich bin an den Ränkespielen von euch und euresgleichen nicht interessiert. Ich bin auf der Suche nach Rhoan. Er befindet sich in großer Gefahr. Gefahr? Welche Gefahr sollte einem Magier des Zirkels wohl drohen? Nun, es scheint leider so, als wäre er nicht der einzige Zirkelmagier, der den Konvokationskrieg überlebt hat. Rhoan läuft geradewegs in eine Falle. Sprecht ihr die Wahrheit, Runenknecht? Ein zweiter Magier? Wenn dem so ist, dürft ihr keine Zeit verlieren. Rhoan ist schon lange weitergereist. Zum Wildlandpass. Sprecht mit Senenfell, Kommandantin der Wachen. Ihr werdet ihre Erlaubnis brauchen, wenn ihr die Torfeste nach Eloni durchqueren wollt. Das ist momentan der einzige Weg, der zum Pass führt. Was ist in Lianon geschehen? Bramigans Handlanger schleichen schon geraume Zeit hier herum. Doch seit dem letzten Mond rücken sie uns plötzlich offen zu Leibe. Den Westen unseres Landes halten sie bereits fest in ihrem Griff. Nie konnten sie so weit vordringen wie jetzt, aber sie waren auch noch nie so gut organisiert und gerüstet wie heute. Man muss kein Gelehrter sein, um zu sehen, dass sich hier irgendein finsterer Plan entfaltet. Aber noch weiß keiner, worauf dieser Plan abzielt und wer außer Branigan noch dahinter steckt. Ihr kennt Rhoan wohl recht gut. Nun, ich kenne ihn sicherlich besser als die meisten dieser nichtsnutzigen Ordensleute, für die ihr euch verdingt. Er hat mich oft aus seinen Reisen besucht und mir über ferne Länder berichtet. Und doch blieb er allzeit rätselhaft für mich. Die Schuld der Konvokation lastet immer noch schwer auf ihn. So viel kann ich sagen. Doch wer wollte über ihn richten? Ohne ihn wären wir längst verloren in dieser geborstenen Welt. Ja, Rohem. Ein recht interessanter Charakter. Wenn ihr da über Rohem mehr erfahren wollt, man erfährt viel mehr über ihn im dritten Teil. Weil da haben wir sogar ein paar weitere Zirkelmagier, die Zirkelmagier werden. Weil der dritte Teil spielt ja vor dem Konvokationskrieg. Könnt ihr euch anschauen, ich hab's Let's Played. Schaut da einfach mal rein. Ah, ein neues Gesicht. Willkommen in Lirondon. Dem verdammt besten Fleckchen nördlich der Windwallberge, wenn ihr mich fragt. Ihr seid hier der Stadtvorsteher? Was, ich? Oh nein, behüte, ich bin nur der Schankwirt hier. Bart Bockelsen mein Name. Biete übrigens hin und wieder auch ein paar Warenpfeil. Wenn ihr etwas braucht, sprecht einfach mit Will, meinem Sohn. Kennt ihr Darius? Natürlich. Merkwürdiger Zeitgenosse, wenn ihr mich fragt. Vergreibt sich Tag und Nacht in seinen törichten Büchern, als ob es nichts Wichtigeres im Leben gäbe. Was? Er scheint in dieser Gegend recht bekannt zu sein. Fürwahr, fürwahr hat einen Haufen Bekannte und Freunde überall in Nortanda. Wenn sogar Rohn, den Zirkelmagier, wisst ihr? Man erzählt sich, er schreibt ein Buch über uns. Ein Buch? Ja, genau, ein Buch. Oder ein Atlas oder dergleichen. Über die Inseln, die neuen Reiche und das alles. Es gibt draußen vor der Stadt diesen Händler, Orta. Orta Gelbart? Allerdings ist ein alter Soldat aus dem Konvokationskrieg. Hat sich hier niedergelassen und handelt mit allerlei Kram. Er hat wohl auch einiges an Zeug aus dem Krieg. Alter Plunder, wenn ihr mich fragt. Wir sind doch froh, dass wir das hinter uns haben, was? Gibt es einen Heiler hier? Heiler? Ja, Shanmui ist eine Heilerin der Weißen Schule. Wenn ihr Heilung braucht, wendet euch an See. Shanmui, ja, hier. Jetzt aktivieren wir mal hier den Seenfels, rekrutieren unseren Rungenkrieger hier, den wir bekommen haben. Erstmal aktivieren. Wir schwirmen ihn auch gleichzeitig und klarer Fell. Die Rune zieht wieder? Was sind das nur für Zeiten? Ich muss Eloni erreichen, Leutnant Fell. Ich würde euch nicht hindern. Doch der Pfad dorthin wird von Goblinhorden kontrolliert. Wir mussten die Torfeste nach Eloni aufgeben und haben sie verschlossen. Gibt es einen Weg, sie wieder zu öffnen? Dazu müsste ich einige meiner Leute mit euch zum Portal schicken. Nur sie können das Tor entriegeln. Aber solange Snaf und seine Bande die Gegend hier unsicher machen, kann ich keinen einzigen Mann entbehren. Kann ich euch bei diesem Problem helfen? Das kriegen wir hin. Bereit. Und los. Wir werden auch hier hinter gehen, weil hier gibt es auch was zum Looten. Und Banditenanführer, den könnten wir auch mal so aufmischen. Was hat denn unser Krieger als Fähigkeiten? Schlachtruf. Bereit. Folgt mir. Recht interessanter, recht interessante Fähigkeit, weil wir da nochmal richtig Schaden mehr machen. In die Schlacht. Und los. Mir nach. Ah, können wir noch nicht looten, weil hier Feinde in der Nähe sind. Auf mein Zeichen. Zum Angriff. Sie sind überall. Vorsicht, Gegner. Ja. Na, was kommen wir jetzt? Feindlicher Angriff. Ja. Hier. Das stärkt dieser Groner. Ist beschuldig. Wir müssen in die Schlacht. Für den Orden. Den Dolch krallen wir uns mal. Und dann looten wir noch den. Und jetzt ertun wir uns auch mal diese Kiste hier drüben. Oh, Baupläne. Nahrungslager. Schafschütze. Fischerhütte. Und Skistand. Alles recht wichtige Sachen. Tun wir den mal hier rein. Das Nahrungslager komme ich hier hin. Skistand da. Fischerhütte. Ja. Die Rhone befiehlt zur Ehre Aroniers. Dann machen wir diese Hütte. Den Erdboden gleich. Hier. Ah, hier ist noch ein Goblin. Ein weiterer Goblin. Da muss noch ein dritter irgendwo sein. Ah, hier. Oh, hier hätten jetzt halt auch Einheiten spawnen können. Und los. Kämpft Männer. Machen wir diese Goblins hier drüben platt. Dann gehen wir hier hin. Und hier ist nämlich eine Quest. Die nehmen wir dann auch gleich an. Und los. Mir nach. Die Linien müssen halten. In die Schlacht. Halte durch Männer. Wenn unser Krieger einmal wegstehen. Weil die Goblins sehr schnell aus dem Latschen. Weil die haben auch wenig Leben. Und die Zweihandwaffe, die unser Krieger hier hat, macht richtig schönen Schaden. Aber hier könnte man uns vielleicht ein bisschen die Zähne ausbeißen. Bei der ist Level 4. Was wünscht die Ruhig? Ein bisschen Micromanagen. Dann wird das schon hinhauen. Und die Erste hat schon mal gesessen. Das ist ein Vorwärtskrieger. Weil so bald... Joa. Auf mein Zeichen. Mir nach. Mir nach. Das trifft sich gut. Jetzt setzen wir mal die Fähigkeit von ihm frei. Auf mein Zeichen. Das ist ein Hinterhalt. Jetzt machen wir nämlich auch hier richtig Schaden. Die Linien müssen halten. Ja, jetzt wäre er. Und wir machen das 14 Schaden. Holla. Jetzt würden hier auch wieder Einheiten spawnen. Aber es dauert seine Zeit, bis hier Einheiten spawnen würden. Wir könnten natürlich auch warten und hier das abfarmen. Aber das muss man nicht unbedingt machen. Wenn man hier EP farmen will, was auch nach und nach recht wichtig ist. Dann würden die Karten viel, viel länger dauern. Weil man würde diese Lager generell nicht abreißen. Sondern man würde anders rangehen an diese Karten hier. Man würde um so ein Gebäude reihenweise Türme bauen. Und wenn dann Einheiten spawnen, würden die recht schnell niedergemacht werden. Und so geht man halt nach und nach vor. Man überrennt das ganze Lager. Lässt bloß die Gebäude stehen. Und dann baut man überall Türme außenrum. So kann man vorgehen. Muss man aber auch nicht. Wir werden das das ein oder andere Mal, kann ich schon mal sagen, machen. Weil bei manchen Karten kriegt man richtig schön EP dann. Und wir brauchen das ja auch. Weil man muss ungefähr so sehen, man sollte bei einer Karte locker 2-3 Level machen. Und wie ihr wisst, jeder Einheitentyp, die 9 Einheitentypen bringen viel EP. Umso öfter man diesen Einheitentyp tötet, umso weniger kriegt man. Welch eigentümlicher Besuch. Seid gegrüßt. Man nennt mich Türgar Brennan. Ihr seid Fischer? Das wäre ich, wenn diese elenden Goblins mir nicht alles wegfangen würden. So bin ich zum Netzeflicken degradiert. Kein guter Fang heute. Wie ich schon sagte, die Goblins sind schuld. Dreckiges Pack. Sie fischen drüben vom Nordufer alles weg. Und ich kann Sundar nicht beliefern. Dabei wartet er schon seit Tagen auf eine Ladung Fisch. Könnt ihr mir bei der Sache nicht behilflich sein? Er schlagt dieses grünhäutige Pack und bringt mir ihre Beute. Ihr seht aus wie jemand, dem so etwas Freude bereiten dürfte. Das höre ich nicht zum ersten Mal. Bereit. Mir nach. Okay. Jetzt reden wir mal mit Brock hier. Dallinar. Und hier haben wir Udran. Lanzknecht. Im weiteren. Du solltest mitkommen. Unverzüglich. Da ist eine Kiste. Und ich glaube, ich weiß auch, wofür wir diesen Schlüssel brauchen. Jetzt könnte man mal hier nochmal speichern. Vorsicht! Geht nicht zu nah an die Mine heran. Welche Mine? Was ist dort? Ein Schemen ist aus den alten Schächten aufgestiegen und streift seitdem dort umher. Einige haben schon versucht, ihn zu vertreiben. Ohne Erfolg? Ja. Sie gingen alle in den Tod, starben unter der rostigen Klinge des Geistes. Er tötet alles, was in seine Nähe kommt. Verstehe. Nun, vielleicht kann ich euch helfen. Leutnant Fell verlangt das Schwert der Erscheinung als Beweis dafür, dass die Gefahr gebannt wurde. Solltet ihr den Geist bezwingen können, bringt es zu mir. Wohin führt dieser Weg? Nach Schiel, ins Land des Hauses Uthran. Die Torfeste ist allerdings verschlossen. Warum? In Schiel herrscht Krieg. Rennigens Horden haben das Land fast komplett überrannt. Sie haben bereits das Portal in Schiel besetzt. Die Uthranischen Wachen lassen niemanden mehr durch, solange das Portal auf der anderen Seite nicht sicher ist. Okay. Ja gut, kommen wir hier nicht durch. Brauchen wir auch nicht wirklich mit denen reden. Aber wir versuchen jetzt mal uns mit diesen Strecken aus der Tiefe anzulegen. Schlachtruf. Halte durch Männer! Schließ die Reihen! Das geht doch easy. Ring des Kriegers, altes Schwert, auf mein Zeichen und noch ein Zauber, den wir brauchen. Da ist Stufe 1, hier ist der Stufe 3, Zauber. Und dafür müssen wir 5 sein, okay. Ah, den können wir auch gebrauchen. Tun wir den mal hier drüben. Ah, okay. Vorwärts! Auf der falschen Seite. Grüße! Der Geist ist besiegt. Habt ihr das Schwert? Hier ist es. Danke. Ihr habt einem Soldaten einen großen Dienst erwiesen. Hier, bitte, nehmt. Das ist alles, was ich euch geben kann. Kennt ihr diesen Ring, Soldat? Hm, er sieht alt aus. Woher habt ihr ihn? Er blieb zurück, als ich den Geist erschlug. Seltsame Zeichen darauf. Geht am besten zu Orta Gelbbart, dem Händler. Er sammelt allerlei kurioses Zeug. Vielleicht kennt er sich damit aus. Seine Hütte befindet sich westlich der Stadt, am Weg nach Eloni. Okay. Jetzt machen wir erstmal das mit den Goblins. Dann holen wir uns diese Kiste hier drüben. Das kann ich gleich sagen. Hier kommen wir erst später durch. Dafür müssen wir mit ihm hier reden. Aber wie gesagt, es rentiert sich erst, wenn man später mit ihm redet. Mir nach. Mir nach. Auf meinen Befehl. Aktiv. Fischräuber. Folgt mir. Stand halten Männer. Verstärmst die, der greift sie an. Ah. Bisschen zurück. Linien müssen halten. Feindlicher Angriff. Fischstieb. Feindlicher Angriff. Die letzten beiden Goblins sollten dann auch keine große Linie darstellen. Okay. Okay. Grauwolf. Grauwolf. Dann können wir hier noch die Quests abgeben. Oh. Hier sind einige Goblins. Anscheinend haben wir vom, dem Zahnbrecher. Auf meinen Befehl. Auf meinen Befehl. Für von Grauwolf soll man ja jemanden das Zahnbesteck wieder bringen. Und anscheinend haben wir das schon in dieser Kiste gefunden. Und los. Dann gehen wir schnell mal zu ihm. Reden mit ihm wegen dem Ring. Hier gehen wir ihm den Fisch dann. Ich glaube den müssen wir dann zum Ohr. Wie heißt der? Sundar bringen. Den Fisch. Und los. Und wie gesagt, wir gehen dann den Weg entlang und versuchen mal das Lager hier dann fachgerecht auseinanderzunehmen. Und euch schützen und euch allzeit mit bester Gesundheit und vollem Geldbeutel segnen. Wo wir gerade davon sprechen, wir haben hier ein ausgesucht feines Sortiment von Waren. Wenn ihr vielleicht mal einen Blick darauf werfen wollt. Brock meinte, ihr kennt diesen Ring? Na, wenn das nicht. Also das soll mich doch. Utwins Siegel. Bei den Wächtern. Woher habt ihr ihn? Sprecht. Von der Mine im Osten. Dort ging der Geist eines alten Kriegers um. Er verlor den Ring, als ich ihn erschlug. Ihr Götter. Das war einer von Utwins Gefolgsleuten. Utwin war ein Gelehrter. Einst zog er mit seinen Adepten hinab in die Erde, in die tiefen Schlünde des Bargagor. Sie hofften das Reich der Dämonen zu ergründen. Keiner von ihnen ist je zurückgekehrt. Nun haben ihre Geister wohl den Weg aus den Abgründen gefunden. Das verheißt nichts Gutes. Ich werde euch diesen Ring gegen etwas eintauschen, was euch mehr nützt. Und haltet die Augen offen. Vielleicht suchen uns noch mehr Geister heim. Was hat es mit Utwin auf sich? Er war ein weiser Mann, jedoch rastlos und getrieben. Er glaubte, dass in den Reichen der Dämonen uraltes Wissen verborgen läge. Wissen über die Entstehung der Welt. Damals, das war noch zur Zeit des großen Imperiums, lebte er in Tallinda, der weißen Stadt unter dem See. Er muss ungeheuer reich gewesen sein und sehr mächtig. Sein Markenzeichen war der silbergewogene Ring der Kraft, den er trug. Viele haben diesen Ring begehrt. Aber am Ende hat Utwin ihn mit in sein finsteres Grab genommen. Auf mein Kommando. Mir nach. Folgt mir. Vorwärts. Wir bringen jetzt dir deinen Fisch, den die Goblins verzogen haben. Willkommen zurück. Hier, ein großer Sack Fische für euch. Beinahe fangfrisch. Danke. Kann ich euch um einen weiteren Gefallen bitten? Könntet ihr den Sack zu Sunda ins Dorf bringen, mit meinen besten Grüßen? Ich kann hier leider nicht weg. Schätze, es dürfte sich für euch lohnen. Und nehmt das als Dank von mir. Hier. Es müsste euch von Nutzen sein. Dankeschön. Sofort. Dann gehen wir halt... Gehen wir wieder zurück. Stufe 4. Für Ehre, Aonius. Dann schauen wir mal ins Inventar. Was haben wir denn alles? Bekommen. Sortieren wir das auch mal. Macht mehr Schaden. Sieht ulkig aus. Und macht mehr Schaden. Da haben wir einen weiteren Geist. Oh, Level 10. Da, mit dem brauchen wir uns noch nicht anlegen. Seid ihr der Schmied? Hm. Ich bringe euch den Fisch von Türgar. Gut. Gut, dann... Gehabt euch wohl. Wartet. Hätte nicht gedacht, dass ein Runenkrieger sich dazu herablässt, einem einfachen Kerl wie mir zu helfen. Mir scheint in Ordnung. Kommt. Ich habe etwas für euch. Habt ihr schon einmal eine solche Axt gesehen? Hm. Zwergenarbeit. War mal ein schönes Stück. Ziemlich verkommen. Ich tausche sie euch gegen eine Waffe aus meinem Sortiment, wenn ihr wollt. Gerne. Zeigt mir, was ihr anzubieten habt. Sucht euch etwas aus. Feuer, Stahl, Säbel, eine Axt, Großhammer oder ein Schild. Nehmen wir mal ein Säbel. Ich glaube, es wäre sinnvoller gewesen, das Schild zu nehmen. Ja. Aber okay. Jetzt machen wir erstmal den Weg frei. Auf meinem Schleif. Es gibt hier übrigens nur diesen Seelenfels. Hier. In Lianon. Auf meinem Befehl. Schnell. Wann können wir diese Goblins hier noch ausschalten? Feindlicher Angriff. Sofort. Treffen werde Schülgen. Ja. Vorwärts. Folgt mir. Runenkrieger. Faltet durch, Männer. Die Rune Ruf für Ehre, Aronius. Oh, Glück gehabt. Sie sind überall. Ja, vorwärts. Zum Angriff. Jetzt hat nur noch die Hütte. Oh, cool. Oh, cool. Priestern. Aria Schrein, Tempel und ein Kleriker. Oh, da freut sich doch das Herz. Dann können wir hier schon mal Stufe 2 equippen. Hier mal auch. Ah, fix. Dann hier. Das. Ja. Ja. Miene. Schmiedewehr Steinbruch des Jägerhütte. Tun wir mal ein bisschen weiter hinter. Ja, so ist es mir lieber. Auf mein Zeichen. Jetzt können wir mit Leuten an Seelenfell reden. Und dann würde ich sagen, begleiten wir die Leute nach hinten. Oder, ja, müssen wir eh nach hinten begleiten. Dann sprechen wir die an. Dann gehen wir zum Seelenfells wieder zurück. Gehen nach Graufurt. Sporten uns nach Graufurt. Können zumindest dir eine der Quests abgeben. Bringen den Zange zu Seenot zurück. Ein magischer Federkiel. Was wollt ihr? Ist dieser Steckbrief von euch? Allerdings, das ist er. Habt ihr diesen Halunken etwa erledigt? Ihr erstaunt mich immer mehr, Runenkrieger. Hier, eure Belohnung. Ein Strauchdieb weniger, um den wir uns Sorgen machen müssen. Snaf wird euch nicht mehr belästigen. Hier ist sein Dolch. Ihr versteht euer Handwerk, Runenkrieger. Damit habt ihr uns viel Sorgen erspart. Nehmt dies als Entlohnung. Werdet ihr nun die Torfeste öffnen lassen? Ich gebe zu. Ihr habt bewiesen, dass ihr etwas taugt. Ich gebe euch einige Männer mit. Wartet hier. Ich werde sie antreten lassen. Und noch etwas. Die Männer werden auf direkten Wege zur Torfeste marschieren. Gebt ihnen Geleitschutz und achtet darauf, dass sie lebend dort oben ankommen. Sie werden dann das Tor für euch öffnen. Solltet ihr scheitern, kehrt umgehend zu mir zurück. Viel Glück. Ihr werdet es brauchen. Dankeschön. Aus der Tiefe. Haltet Ausschau nach weiteren Geistern. Ja, ein weiterer Geist ist aufgetaucht. Aber mit dem brauchen wir uns noch nicht anzulegen. Metallhelm. Wir hätten jetzt eine Hose für dich. Stufe. Leicht die Kriegskunststufe 1. Die hat Intelligenz. Die hat Intelligenz. Okay. Warten wir, bis wir eine weitere bekommen. Ja, jetzt müssen wir einfach warten, bis die Wachen hier sind. Wie gesagt, hier braucht man nicht wirklich mit ihm reden, weil wir kommen eh nicht hier durch. Und mit dem Brückenwächter brauchen wir auch noch nicht reden, weil der wird uns den Schlüssel für das Tor eh nicht geben. Kann ich schon mal so viel verraten. Vorwärts. Folgt mir. Schnell. Vorwärts. Folgt mir. Wir haben es geschafft. Ihr habt euch tapfer geschlagen. Schätze, wir werden bald mehr von euch hören, Runenkrieger. So ist den Göttern gefällt. Lebt wohl. Viel Glück und passt auf euch auf. Okay, jetzt öffnet der für uns das Tor. Vorwärts. Gehen wir nochmal schnell hier hin. Ich möchte nochmal bloß speichern. Schnell. Und dann werden wir hier zurückgehen. Und dann wird... Und dann werden wir nach und nach nach Iloni gehen. Wir könnten auch mit Darius kurz mal reden. Das werden wir auch machen, weil der könnte uns vielleicht ein bisschen über die Welt noch was erklären. Zu empfehlen. Seelenfels reisen. Haus des Ordens. Okay. Hier runter. Und uns mal die Belohnung abholen. Ah, ihr seid es wieder. Wollt ihr mir jetzt endlich eure Zähne zeigen? Nein, danke. Schade. Habt ihr denn wenigstens mein Eigentum gefunden? Sind dies die Zangen, die euch gestohlen wurden? Ja. Endlich kann ich wieder Zähne ausreißen. Ihr nehmt diesen Edelstein als Dank. Der bringt euch bei einem Händler sicher ein hübsches Sümmchen. Und wenn ihr einmal einen Eingriff nötig habt, kommt nur zu mir. Wird nicht unbedingt nötig sein. Vermutlich. Wir haben die Ordenssoldaten doch nicht mehr unter Kontrolle. Dann haben sie das wieder geändert. Jetzt gehen wir noch schnell zu Darius. Vielleicht kann er uns ja was über die Welt erzählen. Seid gegrüßt, junger Krieger. Hm. Doch nicht. Na dann, gehen wir wieder zurück. Wir könnten gegen... Ja, brauchen wir erst Stufe 5. Wir sind Stufe 4. Machen wir nochmal auf Stärke. Hier 2. Hier 2. Inventory. Kann man irgendwas Neues aufrüsten? Nö. Jetzt setzen wir mal hier die Rune hier rein. Und dann gehen wir mal hier hin. Und dann würde ich sagen, gehen wir dann Richtung Iluni.